Und Sie, Sie wurden geschlagen. Okay, erst mal verraten Sie uns Ihren Namen. Mein Name ist Mac Love, Mac Loven. Mac Loven? Ja. Kann ich Ihren Ausweis sein? Ja, der ist hier irgendwo. Sie sind Organspender. Was? Ich wollte nicht, aber meine Frau hat drauf bestanden. Ich sag das einmal die Woche und es ist immer noch winzig. Immer noch. Ich sag das, es ist typisch Frau. Du bist zwar schon tot, doch sie reichen dir das Herz. Geht das Herz raus.